Die Runde Schnellsuche mit dem Gamerino! Kontrollse Schreins! Die Runde Schreins! Obwohl... Kromi ist doch auch ein Mage, oder nicht? Ja, Kromi ist ein Mage. Scheißegal, wenn ich Mage mache. Ich finde Mage einfach grundsätzlich besser. Ist ja auch nur Quick-Mage, ne? Ja eben, mach ruhig. Erstens ist es nur Quick-Mage. Ah, das Ding ist halt... Also, mit Auto-Attack-Build ist es normalerweise einfacher einen zu finishen. Aber im Prinzip... Oder halt gegen Doppeltank, oder so. Aber... Mach ruhig, Mage. Flutter, Flutter, Flutter. Aber bei Mage ist das mit dem Hammer, ne? Irgendwann später mit Q nochmal drücken und so. Richtig, richtig. Ah, der Hammer ist unten. Höre und go! Da komme ich gar nicht so einfach ran, ey. Gegen Hammer komme ich ja gar nicht ran, Junge. Eieieieiei! Die alten Schreine erwachen! Kontrolliert sie! Und setzt den Drachenritter frei! Euch gebührt mein Dank! Der Pfad ist vorgezeichnet! Ja, also hier unten... Froh sein, wenn ich übernehme will. Ja, das macht doch einfach! Ja, so ein bisschen... Halbwegs soki 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 noch! Genau, einfach XP mitnehmen und froh sein! Ja, boah, nee! Der Hammer, der kommt hier systematisch nach vorne. Ja, ich komme mal nach unten. Zu dir. Oh! Nicht ohne, nicht ohne! Bitte mezzel den nieder! Ja, der hat sich die Speedfuß verfeigling. Ja, der kann es nicht zurück vor unten voll machen. Direkt wieder rein fliegen. Ja. Haben die Misch leer gemacht! Ah, Crap! 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 Das war für mich ohnehin ein bisschen! Ah, Crap! Ah, Crap! Oh, Crap! Ah, Crap! Oh, den Hammer wollte ich. Ach, der Hammer. Hab ich gar nicht gekriegt. Na dann. Boah, der killt das oben. Oha. Macht erfüllt die Schreine. Entfesselt den Zorn des Drachen. Ja, der killt das will nicht, dass ich steppe. Oha. 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 Der Drache wartet. Der mich schlägt. Oha. Euer Gegner hat ein Fuhr zerstört. Oha. Okay, das ist jetzt ein Risky. Ich habe leider nichts gebracht. Ja, macht nichts. Moment, der Hammer ist auch nach oben. Ab und jetzt. Malz. Ohohohoho. Ah. Geegner getötet. Bubble kill. Sooo. So war das nicht schön, glaube ich. Das war ein Geschick. Das war nicht so gierig. Ich dachte, das wäre nur eine Kopie. Wollte die Chromie töten. Eine gierige Kopie. Nein, das war nicht so gierig. Pfff. Egal, das ist gut. Guck mal, wie lange die brauchen bis sie wieder da sind. In der Zeit können wir jetzt einen Keep hier rausnehmen. Wenn du einen killst damit, ist das schon gut. Hau raus, nicht sparen. Keine Sparkasse. Der Wacht der Schreien wächst. Der Draft wie Ritter ruft aus dem Stein. Schade, schade. Waren wir nicht alle auf einem Dampfer? Ja, bei mir läuft immer noch die Drachenmusik. Du hast die komplett aus, ne? Ich hab die Musik aus. Ah, scheiße. Ich glaub, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Cool. Kacke. Jetzt hab ich grad einen übelsten Steuerungs-Fail gemacht. Komm, komm. Ah, der Hammer noch. Nice. Und der Karasim noch. Mach mal hier. Ein bisschen. Ja, und wenn du damit fertig bist, kannst du eigentlich nach oben fliegen, wenn du noch kannst. Mhm. Mhm. Oh, jetzt fliegt man. Oh. Nach oben. Ja, ich muss da noch ein bisschen näher. Bamm. Die Reichweite ist ja nicht so... ...komplett auf der Karte. Ah, scheiße. Könnte sterben. Die anderen sind auch da. Oder auch nicht. Ich hab grad losgeflogen, da wohnt das Rot. Oh, da... Ein tödlicher Schlag. Wieb glaub ich gar nicht, oder? Flug selber. Wie geht's denn? Ja, ich kann's ja jetzt nochmal machen. Tja, aber diesmal bin ich auch oben. Soll ich unten Rot werden, fliech nach unten. Ja, oben. Jetzt unten. Mensch. Ich bin genessen. Dingus. Was ist denn da oben los? Ja mittlerweile haben die Leute auf jeden Fall gelernt, wie man gegen Sammero spielen muss. Loll, der Hämmer-Synamischen-Stung. Jemand sollte diesen Helden aufhalten. Oh, die Greediness der Lunara. Alter, Alter, Alter. O-A-N-C-A-Tel. Ausfahrechen. Das war ein W наверное-Doppelkill. Meine Wunden bücken uns ein. Ah, geh doch weg mit der Kugel. Laufen da rum? Möchte man Feuer? Möchte man Feuer? Erstmal schön, dann alles verteilen. Hoch, hoch oder runter? Nö, hoch. Da fliegt er nicht. Ich bin näher an unten dran. Frage, wer kommt schnell in die Mitte? Und nicht hinfliegen. Ah, hier ist schon wieder irgendein Schwein. Oh, Nova. Nein, einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Oh, jetzt geht die Mitte wieder. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Okay, vorher will er fahren, dann nicht. Nö, passiert aber oft hier im Quick Match. Fuck, jetzt will er. Sie hat leider auch oft in der Heldenliege. Ja. Hier ist noch ein schönes Dingsruhsam hinter. Ähähähäh. ein bisschen zu beine berg hat den nexus betreten was denn da los